hi gute wie hier ist wieder euer johnny und willkommen zum ersten bg in dragonflight ja hier ist schon da weil ohne keine chance das könnt ihr vergessen also wenn ihr könnt wenn ihr pvp empfang ab ins haas hier kaufen oder selber herstellen es ist eine qual wobei was heißt weil ich mein mann frisst halt erst mal dreck aber es geht relativ schnell man sollte die pvp weltquests auch noch machen ein workshop alle halbe stunde gibt es pro gebiet einfach mitnehmen und dann gibt es auch ehre es gibt hier aus welt pvp das ist sowas hier zum beispiel das könnte auch das hat 408 item level dann im pvp das gehe was ich jetzt habe 411 also hier 411 passt super so ja also schauen wir mal unsere truppe sieht soweit ganz gut aus wie sieht es denn mit dem gegner aus ja das gibt sich so ungefähr die waage ist so die frage wer besser spielt ich glaube unsere sogar ein bisschen rein vom gear stärker also generell ihr könnt ihr braucht ungefähr 10 10 10 kr glaube ich und dann könnt ihr hier alles kaufen ihr müsst es nicht aufwerten weil ihr werdet nur pvp item level auf das ist die 340 klammer pvp item level ist sofort das höchste thema durch so warum uns gleich power ab wieder fuck you fuck you ernsthaft genau das ist das was ich meinte jetzt hat die frage wer da besser handhabt oder ist die bubble raus ich werde sterben wird das so weiter jetzt habe ich alles raus na scheiße es war zu früh da ist sie hörtel von dir mal die weihe rein und gehen auf den scham oh ich werde sterben ja ja bin tot ich habe beide turtles raus aber auf die hand geht hier keiner was haben wir wir haben zwei die alles auch ah die mitte ist noch rumkämpft okay was haben wir jetzt ah schreien nice ah das ist gut damage balancing und so weiter reden wir noch nicht von ich meine das ist jetzt ganz normaler damage ich habe zweimal burst auch gehabt voll mittendrin alles in ordnung aber da gibt es andere die sind raus der rande band so wo ist ink markt haben wir nicht mal außen die so wo gehen die hin das berse den hole ich mir mal ich glaube ich kann mal schreien hoher schreien 2 bis 34 genau das seht ihr nicht ich habe schon tippt so oh nein arschloch keine chance keine chance kommt ich will hier wieder weitermachen noch einmal als haben das ist ein heiler von uns wo ja also der mitsch ist hoch aber passt soweit heiler können auch heilen shadowlands ist halt echt kein vergleich dazu das haben sie jetzt retappt jetzt haut er ab na toll dann brauche ich auch nicht mehr hin wo wir die mitte kriegen hätten eigentlich auch noch mal angreifen können wir hatten heiler dabei wir haben gescheit dds mann jetzt lasst euch alles abnehmen mädels sacrifice ist dann mir mal das ist tot jetzt dann so ist der nächste was noch ein hunter okay dann tippen wir wenn er hinten dran ist ach scheiße es lohnen wir mal ich wollte ja auch wo hin scheiße ok verkackt ne 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 da ist die turtle da ist der troide ich bin alleine toll kann schon nichts mehr machen die haben drei hoch ist umkämpft und keiner da geil haben steinwurf wir haben ja der von voll unnötig ist auch eben sowas was ich nicht verstehe bleibt doch einfach mal da aber ihr werdet jetzt schon festgestellt hat sich eigentlich nicht viel geändert wäre auch zu schön gewesen so eigentlich müssen wir ruinen wiederholen auf ruinen geht doch so das heißt jetzt sieht da die wenn ich jetzt kann wie es waren die wir wahrscheinlich schreien respawn haben das ist uninteressant ist immer noch irgendwo oder spaß ist dann vom bauble oder stirbt wird und stirbt dann mal jetzt man scheiß bleibt früher kommt das das war noch zeit machen wir nicht langsam Priest, Slonin Oh oh Der wird nicht sterben Das Ray of Hobbit ist nicht zu sehen Was ist die Bubble, ey? Alter Schwede Dann in Oh Ja, das ist halt der Fokus, da kann ich auch nichts machen Hat mir ein Highlight, ich glaub doch, den hatten wir Jetzt haben wir wieder drei Was haben wir? Ah, schreien Wir brauchen definitiv mal längere Zeit Eine Base mehr Weil so funktioniert das nicht Wir haben 75 Punkte Rückstand So Immer zu ihm hinter Jetzt haben wir schon wieder Hof verloren Nee Hast du mal verloren? Mine, äh, Ruinen Nee Hatten wir doch eh nicht Stein Scheiße Er ist dann Im Heilen So, da ist er Down Fuck you Boah, ey Du bleibst hier Das ist nicht wahr Das ist echt nicht wahr Überlebt er das Ja, ich nicht mehr Oh Ich leg mich doch am Arsch Kann der Boys noch aufhalten? Noch kann er scheinbar aufhalten Sind die da zu zweit? Nee, das ist nur er Oh, ey Was ist er da? Ah, ich werde jetzt auch sterben Ist ja nichts mehr da Aber wir haben nichts aufgeholt Wir haben sie sogar leicht überholt Immerhin Immerhin Es hat geklappt Hat geklappt So, komm Go, go, go Kann ich hier auf den Fokus nehmen So, was sind wir hier? Das ist Hof Hof ist Was schaffen die? Steinbruch ist uns Und Markt Oh, Markt wird jetzt Irgendwann sein Markt oder Steinbruch Kann ich mir vorstellen Der Hunter Hier geblieben Nein Das ist nicht wahr Ah, die hat er doch daneben geschmissen Und Stunmetik jetzt Füllen wir den Hunter hier Machen wir den Decap So, jetzt den Troiden So, wir brauchen den Hunter Bist kicked Es ist nicht wahr Es ist nicht wahr Wie nix stirbt Bist gegen Stun Es ist nicht wahr Alter, ey Alter Schwede Was eine Geburt Hallo Evoker Wollen wir erstmal alle langwärmen So Jetzt müssen wir uns aber schnell wieder verteilen Hof ist ink Oh, ich glaube das kriegen sie und das halten die nicht Der ist tot Was sind denn da Du musst ran, du musst ran, du musst ran, nice Nein Das gibt's nicht Das gibt's nicht Ich hätte ja bubble können, ich Idiot Ich hätte ja bubble können Ich hätte einfach nur bubble müssen Ich bin so doof Ich bin so doof Okay, da ist Jetzt haben wir Mark verloren Oh geil Wir haben ein Polster von 100 Punkten Aber das ist schnell weg Jetzt haben wir Schreien dafür Jetzt muss ich mich halten Wo willst du hin? Ah, Steinbruch Okay Das ist nichts beständig Nichts Ja Hunter Wie alles wegzimmert So, komm her Kein Bock auf dich Das wollte ich eigentlich nicht Wollte echt die Bock drücken Äh, bubble Nö, nö Was war denn das für ein Healer Ernsthaft? Ey, dieser Damage ist auch schwachsinnig, gell? Alter Schwede Wie viel hast du denn jetzt? Ah, 18 Kam nur einer dazu Ey, nix von Ungoder Wir haben keine 145k Also ich habe jetzt schon lange keinen MM-Hunter gesehen Der so hart ist Das ist schon übel Oh nein, jetzt haben die vier Warum auch Leute Wir hatten so ein schönes Polster Das wird jetzt aufgefressen Das wird jetzt aufgefressen Die haben zwei Die haben gleich den dritten Dann fressen die das instant auf Die Schurke ist nicht sichtbar Da liegt der Trap Tja, und jetzt? Tappt, tappt, tappt Alter Schwede, tappt doch einfach Der andere ist gleich wieder da, oder? Der andere Man Wedel, sie müssen Wir müssen treffen Sonst schaffen wir das nicht Scheiße, jetzt haben die einen Heiler hier Oh, guck sich das doch mal in der Hand Ich fall instant um Oh, geil Ich fall einfach um Das ist schon krank Ja, das Weiß nicht, ob die das jetzt schaffen Oh, wohl Bin zu dritt Oh, guck, wie gesagt Die haben uns eiskalt überholt Jetzt müssen wir das halt Einfach nur eine Weile halten Und dann ist gut So, erstmal die Leute halten Kommt her Bisschen Heal Oh, und das halten wir jetzt bitte Warum auch immer Der Rogue jetzt ab Bleib da einfach her Wieder was, was mich verstehen muss Nur anti-Tapp-Mädels Und schauen wir das Den kann man nicht retten Gucken wir das Ding gleich mal Dass nicht ein Druid oder so Auf die Idee kommt Halten, Mädels Halten Shadow Sind wir zu dritt Ja Ah, scheiße, zu früh Sagen, du bleibst hier Genau Brauchst gar nicht probieren Sauber Puh Was ne Aktion Boah 19,5 Minuten Passt 20 Minuten Aufnahme Ja Easy Ist klar Das war schon ordentlich Mein lieber Scholli Das ist hart, gell Das ist ein Worry Nix für Ungut Das ist eine Idee Ich muss aktiv Ne Also man kann Wenn man Damage hier betrachtet Hier Die Punktzahl 97 Punkte Differenz nur Das war anstrengend 9 zu 9 Ja Das war eine Eigentlich hätten sie Ja gut Der war wahrscheinlich Hat der gedefft Wahrscheinlich nicht, gell Ne Na gut, sieht man nicht Er war eine ordentliche Runde Hat Spaß gemacht War natürlich ein bisschen aufregend Nervt noch frei Aber gut Wenn du halt alleine bist Was willst du machen Gut Dann sage ich mir Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns im nächsten Video Das sehen wir in diesem Sinne Tschüss Schnell 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 Schnell